Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, Trade Republic führt ihr eigenes Girokonto ein und verbessert damit ihr Angebot nochmal deutlich. Auch die 4% Zinsen bleiben weiterhin bestehen, mit dem Zusatz, dass es das bisherige Limit von 50.000 Euro, die eben zu 4% verzinst werden können, aufgehoben wird. Bedeutet, es gibt nun auch Zinsen für alle Beträge über 50.000 Euro, was wirklich eine Ansage an alle anderen Banken ist. Doch ist Trade Republic wirklich so gut? Gibt es vielleicht doch einen Haken an der ganzen Sache? Das wollen wir uns im heutigen Video einmal gemeinsam anschauen. Am Ende gebe ich dazu noch meine persönliche Meinung ab und ich habe auch geplant, demnächst hier auf YouTube öfters Aktien unter meinem Abonnenten zu verlosen. Also folge am besten jetzt schon mal rein, damit du diese Verlosung nicht verpasst. Über ein Like auf das Video würde ich mich natürlich auch sehr freuen, denn in solchen Videos steckt immer sehr viel Arbeit und bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank, aber los geht's mit dem Video. Dazu erstmal alles Wichtige, was ihr zu Trade Republic wissen müsst. Trade Republic ist während Corona bekannt geworden durch seine günstigen Handelskosten für Aktien, Fonds und ETFs und ist nach und nach immer weiter gewachsen und bietet seit längerer Zeit auch 4% Zinsen auf das nicht investierte Geld auf dem Verrechnungskonto an für täglich verfügbares Geld. Bedeutet, am Ende des Monats wird der durchschnittliche Betrag des Verrechnungskontos für diesen Monat mit 4% verzinst. Dies war aber bisher nur möglich bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Wenn man also beispielsweise durchschnittlich 55.000 Euro auf dem Verrechnungskonto hatte, wurden nur die 50.000 Euro verzinst. Diese Schranke soll eben bald entfallen, sodass auch höhere Beträge mit 4% verzinst werden. Bis alle Kunden davon profitieren, kann es allerdings einige Wochen dauern, denn die Änderung wird stufenweise ausgerollt, wie eben Trade Republic in mehreren Statements erläutert hat. Ganz wichtig dazu, ihr müsst je nachdem wann ihr Kunde bei Trade Republic geworden seid, erst die Verzinsung aktivieren. Macht ihr das nicht, gibt es auch keine Zinsen. Dazu müsst ihr auf den Reiter Cash gehen und dort unter Zinsen die Aktivierung einstellen. Das ist wirklich ganz wichtig und das auf jeden Fall nicht vergessen. Die häufigste Frage, die ich bisher bekommen habe, ist aber, wenn ich mein Geld bei Trade Republic habe, ist es dann auch sicher? Wichtig dabei zu wissen, das Guthaben auf dem Verrechnungskonto liegt nur virtuell bei Trade Republic. Tatsächlich wird das Konto bei Partnerbanken geführt. Geld bis mindestens 100.000 Euro ist bei allen Partnerbanken durch die Einlagesicherung abgesichert. Kundinnen und Kunden haben keinen Einfluss darauf, bei welcher Bank ihr Geld liegt. Partnerbanken sind derzeit Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan und Citibank. Ein Sprecher von Trade Republic sagte eben auf Anfrage, das Geld werde bis auf zwei Partnerbanken verteilt und zusätzlich bei höheren Geldguthaben in Geldmarktfonds investiert. Da Fonds eben Sondervermögen sind, sei das Geld der Kunden damit auch im Falle einer Bankenpleite gesichert. In der App wird dem Kunden sogar gezeigt, wie viel seines Guthabens bei welcher Bank oder in welchem Geldmarktfonds liegt. Das bedeutet erstmal, das Geld ist bis zu 100.000 Euro im Falle einer Pleite wie bei allen anderen Banken auch sicher. Ich würde in dem Fall, wenn ihr mehr als 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen habt, das Ganze immer auf mehrere Banken aufteilen, da bei jeder Bank pro Kunde die 100.000 Euro Einlagensicherung greift und ihr damit euer Vermögen relativ einfach absichern könnt. Falls ihr gute weitere Tagesgeldkonten sucht, guckt gerne in der Videobeschreibung, dort findet ihr meine aktuellen anderen Empfehlungen. Das Girokonto, was jetzt zusätzlich kommen wird, hat dann auch eben die Funktion, dass das Verrechnungskonto per Upgrade zu einem Girokonto erweitert wird. Um das zu ermöglichen, bekommt der Neobroker zunächst die dafür nötige Bankleitzahl und anschließend sollen die Funktionen eines Girokontos für die Kunden nach und nach freigeschaltet werden. Das Girokonto wird dann mit der Visa Debit Card von Trade Republic verknüpft. Bisher konnte man zwar die Debitkarte nutzen, diese war eben aber nur mit dem Verrechnungskonto verknüpft. Hier ist es also so, anders als bei richtigen Kreditkarten, das Geld wird nach dem Einkauf mit der Karte direkt vom Konto eingezogen. Die Einschränkung der Karte ist dabei folgende. Bei Abhebung unter 100 Euro fallen Gebühren von 1 Euro pro Verfügung an. Die geltenden Wechselkurse für Visa und Bezahlung in Fremdwährungen sollten in der App einsehbar sein, zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Hier muss ich aber auch sagen, dies ist bei den meisten Banken der Fall und sollte daher nicht negativ gewertet werden. Da die Kontoführung kostenlos ist, kann man definitiv darüber hinwegsehen. Die Karte ist in zwei Varianten verfügbar. Die glänzende Mirror Karte kostet 50 Euro, die Klassik Karte kostet 5 Euro und die rein virtuelle Karte für Smartphone ist kostenlos. Aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Ich würde auch nur die virtuelle Karte benutzen. Ich bezahle so oder so nur mit dem Handy und bin eigentlich froh, wenn ich nicht immer eine Karte brauche. Aber das ist jedem natürlich selbst überlassen. Die Debit Karte war bisher nur über die Warteliste verfügbar, aber vor einer Woche gab es eben die Info, die Warteliste werde geschlossen und Kunden können ihre Karte nun ohne Verzögerung in der App bestellen. Das Besondere an der Trade Republic Karte ist aber tatsächlich, dass es ein Cashback Programm gibt. Es gibt bei jedem Einkauf 1% Cashback. Das bedeutet, dass 1% der Einkaufssumme dem Käufer wieder gutgeschrieben wird, maximal jedoch 15 Euro im Monat. Das Cashback Geld ist allerdings nicht frei verfügbar, sondern wird in einen individuell festgelegten ETF oder Aktiensparplan investiert. Dafür müsst ihr einen Sparplan über mindestens 50 Euro pro Monat anlegen. Zusätzlich soll es möglich sein, bei der Bezahlung Beiträge aufzurunden und diesen Betrag ebenfalls automatisch in ein Wertpapier fließen zu lassen. Das Geld wird dann monatlich gesammelt und in den Sparplan investiert. Finde ich zusätzlich noch eine super Möglichkeit, dennoch sehe ich das Cashback Programm nur als nice to have an, denn es sollte auch klar sein, dass man damit jetzt nicht so viel sparen kann. Bei 500 Euro im Monat, die man ausgeben würde, spart man also nur 5 Euro im Monat, was für einen Vermögensaufbau jetzt nicht zwangsläufig reicht. Was mir aber bei Trade Republic und dem neuen Girokonto nicht so gut gefällt, ist eben folgendes. Durch die niedrigen Kosten für Aktienkäufe und die Leichtigkeit, kurz per Handy direkt sein Erspartes, was man eigentlich nur für die Zinsen auf dem Trade Republic Konto liegen hat, in Aktien zu stecken. Es wird einem sehr leicht gemacht, mal eben sein ganzes Geld mit Derivaten zu verzocken oder unwissend schnell eine Aktie zu kaufen, ohne groß drüber nachzudenken. Dies ist aber ein genereller Nachteil von Neobrokern und nicht nur von Trade Republic. Man wird eben mit hohen Zinsen gelockt, überweist sein Geld dorthin und verwendet es dann doch für Aktienkäufe, am besten noch ein ständiges Hin und Her mit Kauf und Verkauf, womit Trade Republic am Ende den Großteil seines Geldes verdient. Es gibt viele Fälle, wo Jugendliche ihr ganzes Geld am Aktienmarkt verzocken, nur weil es einem eben Trade Republic so einfach macht. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Möglichkeit von Trade Republic mit dem Girokonto wirklich super, nur man muss auf jeden Fall aufpassen und sollte nicht intuitiv handeln. Wer hier allerdings standhaft bleiben kann und das Geld wirklich nur für die Zinsen auf dem Konto liegen lässt, für den kann ich das Ganze auf jeden Fall empfehlen. Aber was sagt ihr? Findet ihr das Girokonto eine echte Alternative für andere Hausbanken? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls du nach dem Video ein Trade Republic Konto eröffnen möchtest, kannst du das gerne über meinen Link in der Videobeschreibung tun. Ansonsten Abo und Like nicht vergessen, das hilft mir wirklich extrem und erfolgreiches Investieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.